Ja, hallo Freunde, ich bin's mal wieder, der Alex. So, es geht weiter mit dem Puls 960 von ePowerFun. Da das ja ein relativ hochwertiger Roller ist, der auch ein bisschen was kostet, ist dieser Roller natürlich wahrscheinlich auch immer Objekt der Begierde und gerade bei Langfingern wahrscheinlich sehr beliebt. Und auf jeden Fall habe ich wenig Lust, mir den Roller klauen zu lassen. Ja, und der hat zwar eine NFC-Karte, mit dem der gesperrt wird und eigentlich auch gar nicht gestartet werden kann ohne diese Karte. Aber weiß ich, ob die Diebe das wissen, beziehungsweise ob die das überhaupt interessiert, ob die das umgehen können oder nicht, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ich habe mir gedacht, auf jeden Fall ein dickes Schloss ist wichtig, habe ich ja schon gemacht und eine kleine Mini-Alarmanlage. Ich habe damals auch mein Fahrrad mit dieser kleinen Mini-Alarmanlage gesichert. Ich will es aber diesmal ein bisschen anders machen, ein bisschen besser, ein bisschen hochwertiger. Da diese kleine Mini-Alarmanlage, die ich damals zum Beispiel gehabt habe, könnt ihr mal gucken, das Video ist auch online auf meinem Kanal. Diese Mini-Alarmanlage, die kann ja da sehr schlecht angebracht werden, beziehungsweise, ja, weiß man nicht, man kann sie ja abreißen, sozusagen. Und das hat mir also nicht so gefallen, deswegen habe ich noch etwas Hochwertiges gesucht. Und ich habe natürlich auch mal wieder was gefunden, und zwar von der Firma Abus. Da gibt es diese Alarmbox, die dann gesichert werden kann mit zwei so Schlauchschellen, beziehungsweise, da habe ich noch Kabelbinder drum gebunden und dann auch noch Panzertape dran gemacht. Also, das Ding kriegst du nicht mehr ab. Da kannst du ja eher den ganzen Roller auseinanderreißen, bevor du das Ding wieder abkriegst. Und ich finde, das ist die beste und sicherste Methode, weil man will ja auch mal irgendwie mal schnell mal zum Kiosk rein oder mal in die Tankstelle rein. Denn der Roller hat ja für mich den Zweck, dass ich damit kleinere Fahrten mache. Ja, das auf jeden Fall. Größere auch, aber auch kleine. Mal zum Doktor, mal zur Apotheke, mal zur Tankstelle fahren, mal kleinere Einkäufe erledigen. Dafür ist der Roller ja spitzenmäßig. Und ja, vor allen Dingen natürlich auch unschlagbar preiswert. Ja, 100 Kilometer mit dem Roller. Bei meinem Strompreis 50 Cent. 50 Cent, 100 Kilometer. Ja, preiswerter und besser geht es doch gar nicht. Ja, na gut, zu Fuß, ja, okay. Aber wer will schon immer 6, 7 Kilometer da oder 10 Kilometer oder noch mehr zu Fuß latschen? Da bist du auch ewig unterwegs. So, ich zeige euch jetzt die neue Alarmbox von Abus. Das ist ein ganz tolles Teil, kostet normalerweise 50, 60 Euro. So, ich habe natürlich wieder geguckt und alles gesucht und gefunden. Habe ich es für 30 Euro bei Amazon. Super Teil, super Preis. Und ich werde euch erstmal jetzt diesen Amazon Link da zeigen, beziehungsweise die kleinen Alarmanlage da zeigen. Und anschließend gehe mal raus und dann zeige ich euch die Installation, beziehungsweise werden wir die Alarmanlage mal aktivieren. Und mal gucken, ob das was bringt und wie jetzt so aussieht. Und genau, jetzt geht das los. So Freunde, da ist das Teil, die Abus Alarmbox mobile Alarmanlage. Hier steht 100 Dezibel. Das Teil kommt mir wesentlich lauter vor. Ich habe gedacht, das sind mindestens 120, 130 Dezibel. Weil, wenn ihr da Alarm auslöst, da geht die Hölle los. Stellt sich dann von alleine wieder aus und geht dann wieder an. Wenn wieder einer rumfummelt und ausschalten, kannst du die also nur mit einem Schlüssel. Den Schlüssel kann man sowohl rechts rum als auch links rum einführen. Das heißt, nur der Besitzer bekommt diese Alarmanlage auch wieder ausgeschaltet. Abreißen kannst du die nicht. Wie gesagt, da sind ganz dicke Bänder dabei. Und ich habe auch noch mal ein paar Kabelbinder dran gemacht. Und dann auch noch Panzertape. Also, ich werde euch das gleich mal zeigen. Gehe jetzt gleich mal raus und dann zeige ich euch die Alarmanlage draußen im Einsatz. Bis später. Dann will ich euch jetzt hier mal meine Alarmanlage zeigen und einige Sachen, die ich also umgebaut habe, verändert habe. Weil bei mir bleibt ja nichts so, wie es ist. Ich denke immer, dass ich da ein paar Sachen finde, die wesentlich besser sind. Ich habe ja zum Beispiel diese Matte hier gebaut. Die habe ich jetzt nochmal mit Panzertape, habe ich die nochmal umwickelt, damit die haltbarer ist. Ich denke, das bringt ungefähr so 10% weniger Vibrationen. Vor allen Dingen diese kleinen, harten Stöße verhindert das. Den Seitenständer habe ich etwas verlängert. Da habe ich so eine Kappe drauf gemacht von meinem Nokia 5210, weil ich noch hatte, bestimmt 20 Jahre alt. Also die halbe Kappe davon. Ich werde dann aber noch ein bisschen verbessern, weil ich sehe nicht ein, wenn ich da den Ständer drücke oder ich möchte den Ständer ausfahren und trete da dreimal ins Leere. Da sehe ich keinen Sinn drin. Das muss ein bisschen länger sein und klappt trotzdem super. Ist jetzt ein bisschen verlängert und man kann den Ständer besser rausziehen, rausbekommen. So, dann geht es jetzt hier um die, hier meine schöne Tasche, meine Arbeitstasche, wo ich noch Haus- und Gebäudetechniker war bei der Stadt. Habe ich die noch. So, und dann wollen wir mal gucken hier. Ja, hier ist jetzt diese Alarmanlage von Abus, diese Alarmbox, die ich jetzt hier dran gemacht habe. Ja, und die kann man jetzt hier aktivieren, indem man hier den Schalter drückt. Zack. So, jetzt hat man so ein Signal gehört, jetzt ist die Alarmanlage aktiv. So, wenn jetzt hier der böse Langfinger kommt und fummelt hier in der Gegend rum, das Diebesvolk, und macht hier irgendwas und manipuliert oder drückt hier rum, dann kommt erst mal so ein Todensignal. Wenn er das dann aufhört, dann ist auch alles gut. Und, allerdings, wenn er jetzt weitermacht oder jetzt nochmal zu dem Fahrzeug irgendwelche Sachen versucht abzubauen, das Fahrzeug zu entwenden, dann geht es aber richtig ab. Ja, dann kommt erst wieder dieses Tonsignal. Ja, und dann. Boah, und das ist dermaßen laut, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, krass. Und der Ton verändert sich auch noch. Ich mache ihn jetzt mal aus. So, den kann man also nur mit dem Schlüssel hier, kann man den ausschalten, die Alarmanlage. Dann habe ich hier am Ende, was mir ja nicht so gut gefiel ist, habe ich hier so Endenkappen, habe ich hier selber gebaut. Unten drunter mit Gummi und dann oben nochmal mit Leder und dann nochmal mit Isolierband umzogen. Auf beiden Seiten. Ja, ich zeige es besser hier nochmal auf der Seite. Ja, weil, wenn der Roller jetzt mal umkippen sollte, was wahrscheinlich ja irgendwann auch mal passiert, ich bin auch nicht unfehlbar, dann ist ja direkt diese Endenkappen hier, ist ja direkt kaputt. Ich hätte mir gewünscht, das wäre so gewesen wie bei dem V-Max. Der V-Max hat ja hier diese Gummikappe drauf. Und dann ist natürlich gut, aber ich habe es ja jetzt auch sehr gut gelöst. Hier ist unten drunter noch ein dickes Gummi. Dann dieses Isolierband und außen nochmal mit Leder und wenn er jetzt umfällt, dann wird es wahrscheinlich nicht kaputt gehen. So. Ja, das soll es dann erstmal wieder gewesen sein. Ja, und hier unten habe ich ja noch dieses Schloss. So, das war die Alarmanlage. Achso, meine Reifen habe ich jetzt hinten aufgepumpt auf 2,9, sagen wir mal 3 Bar hinten. Mit dieser Elektropumpe hier, auch ein schönes Ding. Nehme ich immer mit in meiner Tasche. Und vorne habe ich 2,5. So. Ja, hallo. So, Freunde, dann könnt ihr eigentlich auch mal reinschreiben in die Kommentare, was ihr für Sicherungsmaßnahmen für gut haltet. Was ihr für Sicherungsmaßnahmen an eurem Roller vorgenommen habt, beziehungsweise was ihr für gut erachtet. Schreibt mal da rein in die Kommentare, was ihr da so gemacht habt und welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Und ja, das würde mich doch interessieren. Oder ob schon mal versucht hat, jemand euren Roller zu klauen und ob es da noch andere Möglichkeiten gibt. Ich denke mal, da gibt es ja noch GPS und verschiedene andere Sachen. Erzählt mal ein bisschen, schreibt mal was in die Kommentare, ob das sinnvoll ist oder nicht. So, und jetzt kommt noch das kleine, aber feine Fazit. So, dann wollen wir jetzt am Ende nochmal ein kleines Fazit ziehen. Ja, sehr, sehr gut, diese kleine Mini-Alarmanlage. Die ist ja auch geeignet für Fahrräder, für Motorräder, für einen hochwertigen Weber-Gasgrill oder alles, was man damit sichern möchte. Also, was an seinem Platz bleiben soll, kann man ja damit sichern. Alles mögliche. Man kann das ja auch hinter eine Türe machen oder als, ja gut, nicht als Bewegungsmelder, aber sobald da irgendwas bewegt wird, hoch, runter, rechts, links oder es gibt Erschütterungen, würde dieses Ding ja sofort Alarm schlagen. Ich habe es jetzt mit Panzertape da umwickelt und beziehungsweise mit Isolierband noch ein bisschen wasserdichter gemacht, beziehungsweise ganz abgeklebt. Das heißt, gut, ich müsste dann natürlich alle fünf, sechs Jahre müsste ich da eine Batterie tauschen, aber mal sehen, was in fünf, sechs Jahren ist. Wer weiß, so lange sollte die Batterie eigentlich halten. Auf jeden Fall habe ich Leute gesehen, die haben das Ding schon vier, fünf Jahre und das funktioniert immer noch ohne die, also mit der ersten Batterie. Und ja, Verbrauch ist ja da eigentlich nur, wenn es ausgelöst wird. Und wir wollen ja hoffen, dass es nicht allzu oft ausgelöst wird. Im Regelfall ja eigentlich gar nicht, ja, beziehungsweise natürlich, wenn man es selber auslöst, dann natürlich schon. Aber kann man alles mit sichern, ist ein gutes Teil, ja. Reagiert sehr gut und extrem laut und, ja, stellt sich hinterher wieder scharf, geht von alleine aus, geht von alleine wieder an. Also ich sage mal, klare Kaufempfehlung. Übrigens, ich bin nicht gesponsert von Abos, ich habe mir das Teil selber gekauft. Ich habe keinerlei Werbeeinnahmen, ich habe gar keinen Zugewinn hier von meinem Kanal. Schön wäre, ein Daumen hoch für das Video. Ich hoffe, das ganze Video war ein bisschen hilfreich für euch gewesen. Ich würde mich freuen, ihr lasst mir einen Daumen hoch da für dieses Video. Beziehungsweise abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch nicht habt. Da kommt ja jetzt von dem EPF Puls, kommt ja noch einiges. Vielleicht auch von dem Fritz 2.0. Mal gucken. Ich werde mal Trittbrett anschreiben, ob die da Interesse haben. Weil, wenn ich einen Roller fahren kann, in meinem Alter, dann kann das wohl auch jeder andere. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt noch keinen Berg gefunden, den ich nicht hochgekommen wäre mit diesem Puls 960. Also war ganz klasse bis jetzt. Aber da kommen ja später noch Videos. Okay, Freunde, bleibt gesund. Macht's gut. Und bis dann. Bis dann. Bis dann.